Es gibt ja viele Fragen, die ihr mir stellt und es sind auch viele Zuschauer bestimmt da, die mir immer wieder die gleichen Fragen stellen, wie die Frauen zum Beispiel immer Shampoo. Leute, ich antworte da drauf nimmer, seid mir net böse. Wirklich, auf Facebook und E-Mails, ich hab schon Albträume von diesem scheiß Shampoo. Wirklich, ich mach hier Programme und ihr Shampoo. Was für Shampoo, was für Conditioner mit SCH, äh, äh, für Hannoveraner unvorstellbar, weil wir schreiben das so, ja. Also ich wach morgens um drei Uhr, mach ich auf, Albtraum, Shampoo, so wach ich auf. Hab schon einmal Wasser neben mir, schütten wir den auf den Kopf, jeglich. Krank? Aber jetzt ist es eine ganz neue Frage, meine Damen, muss Lehrerin gewesen sein. Und zwar hat die mir geschrieben, sie tragen immer nur Schwarz auf der Bühne, haben sie nichts anderes zum Ansehen, sie müssen schon stinken.